Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Red and Redemption 2. Ich habe heute keine Bekleidung, weil ich ein bisschen im Stress bin, weil ich über Ostern nicht zu Hause bin. Das heißt, ich kann nicht aufnehmen, ich kann nicht schneiden, deswegen ja. Ist eigentlich auch egal. So, wir reiten jetzt erstmal zu D. War so wahrscheinlich Dutch. Und scheinbar... Ah, geht's schon los. Okay, dann reiten wir den mit. Mal gucken, was wir machen müssen. Die wurden ein bisschen auseinandergenommen, würde ich mal sagen. Und wie dann reiten wir mal weiter. Alter, wie das hier aussieht. Richtig episch. Okay, gucken wir mal, wer hier... Gucken wir mal, was da drüben abgeht. Wir gehen nach rechts. Ui, ist nicht... Ui, ui. Ich bin auch unidios. Okay, das ist ja fast wie bei Hitman, da haben wir Übungen. Weil ich da vorne durchgerammt bin. Oh man, die... Und was habe ich jetzt hier für eine Aufgabe? Ah, ich meine, die zu haben sie jetzt runtergenommen und... Und ich... Und ich... Sich den da unten holen. Der andere chillt auch mal. Achso, ich sollte zu dir, Bill. Ja, das erklärt das Ganze. Aber... Warte, wie... Wie equippen wir nochmal das Seil? Ehhh... Ehhh... Einfach die Flasche auf den Kopf gehauen. Jetzt komm' und dann fessen wir ihn mal und dann... ...bringen wir ihn mal zum Bill. Okay, wir müssen jetzt das Dynamit anbringen. Okay. Was suchen wir's mal? Haben wir's mal? Ah ja, wir haben schon Dynamit. Einfach geschmeißen, oder? Okay. Also sie haben hier schon mal illegal Schnaps gebraucht. Natürlich gar nicht. Oh, schickt die Lunte brennt ja schon. Der geilste Tod ever Oh Gott Ach mein Auge Blütenstaub Ach als ob Irgendwie wollte er nicht mehr wegrennen Keine Ahnung Wahrscheinlich so ein Krampf im Bein Wollte nicht mehr wegrennen Naja kann ja mal passieren Jetzt geht's ab Was finde Bill Bill steht vor mir Oh wir dürfen schießen Er steht einfach da Oh oh Sollte vielleicht eine Deckung gehen Okay er kann ein bisschen besser schießen Ich hab das Gefühl Hä hier explodiert ja noch alles Ich hab nix alter Gar nix Oh no Das sind die letzten Patronen die wir noch haben Der gar schießt auch gefühlt alles daneben gerade Warte mal Haben wir noch Ja warte ich hab noch die hier Was war das Oh lol Oh holy shit Oh oh Ja ich komme nicht mehr weg Ist der von uns? Ja ne Digger hab ich in das Holz geschossen Ernst Bin da ein bisschen risky Oh Risk taker wisst ihr So Alter Was zielt denn der auf die Perle Oh Da steht ja auch noch einer Ich dachte du bist tot Oh reicht doch oder Aua Hä von wo Ach lol Da war noch einer Sie sind einfach durchgeblieben Als ob Solche Pisser Haben uns nicht mal geholfen Das war's mit Red Dead Redemption 2 Bis demnächst mal Tschau Tschau Lonesome Cowboy Lonesome Cowboy Lonesome Cowboy Lonesome Cowboy You're a long, long way from home Lonesome Cowboy Lonesome Cowboy Lonesome Cowboy You're a long, long way to home Untertitelung des ZDF, 2020